Hallo Leute und herzlich willkommen zu Raft Staffel 1 Immer noch mit Red Wir fahren jetzt hier los Und zwar haben wir zwar in der letzten Folge bei Red gesagt Wir looten hier zusammen Tangerohr Hat Red jetzt aber alleine gemacht Was aber eigentlich auch mehr Sinn macht Weil es wäre ja nicht wirklich spannend gewesen Und wir haben jetzt Ich habe leider keine Ahnung wo Aber wir haben jetzt auf jeden Fall verdammt viel Holz Und ja Wir haben jetzt verdammt viel Holz und auch Blätter Das heißt wir können hier auf jeden Fall gut weiter bauen Und jetzt wenn es ums Ja hier weiterbauen geht halt Ja so sagen wir es so Leute Ich habe halt heute ganzen Bäume abgebaut Und dachte mir jetzt so Ich werde demnächst nochmal diese Alle Häuser nochmal durchlooten Gucken wegen den Coins Dass wir uns an dem Verkaufsautomat noch Items verkaufen können Die wir uns sonst nicht anders kriegen können Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Holz raus Dann kannst du mal noch die Säulen bauen auf jeden Fall Genau ich Oh nein Oh nein Warte mal wenn hier der Eingang ist Dann können wir Ah jetzt Wenn wir hier Würden wir das Wenn wir das hier auch nochmal in Räume unterteilen Wenn wir nochmal in der Mitte in der Wand reinmachen Dann können wir Das hier als Lager Wollen wir das nicht später machen? Ne weil Wände 10 ja quasi auch wie sollen Und wenn ich dann das irgendwie richtig scheiß baust Kacke Und dann können wir hier drüben So eine Koch-Ecke Wir machen hier mal Warte mal Ich brauche mal Blätter Ich habe keine Blätter im Inf Wasserfall Ja man hat es doch so im Augenwinkel gesehen Das ist jetzt so ein Loch im Raft Ich fall natürlich Ja wirklich 1 2 3 1 2 3 Wollen wir kurz schlafen Dann haben wir morgen Licht Ja Natürlich steht das Ding hier im Weg Ja perfekt Es wird gerade Tag Wir brauchen noch nicht mehr schlafen Ah ok chillig Ah ja Ach chillig So wir stellen das mal eben andersrum hin Das Teil Hier kommt ein Fasster in unser Raft Was guckt in unser Raft? Nichts Nichts guckt da rein Wollen wir hier in die Mitte nochmal Nee aber das ist doch das sogar symmetrisch Wir können hier nochmal so einen Durchgang bauen Wollen wir einen Durchgang nochmal hin Aber ich habe Oh das ist das was ich Hunger habe Wollen wir so einen Durchgang bauen Das Flager von hier Viking Oh der Heiber ist Mach mal den Heiberg Wir machen hier einen Durchgang rein Du hast äh ich hab Leute wie mein internet oder red sein internet oder red sein pc wo jetzt steht die welt Hallo Ah ja red hat mir nichts hat das spiel verlassen entweder ist ein internet weg oder sein äh dings äh sein pc ist abgeschmiert So dann sind wir wieder nach einem kleinen disconnect Was war denn das letzte was du von mir gehört hast wann bist du denn rausgeflogen Äh also ich hab plötzlich also ich weiß nicht mehr auf jeden fall plötzlich warst du einfach still Das letzte was ich von dir gehört habe war wo ich dir gesagt habe geh mal nach dem Hai gucken Ja genau dann habe ich den Hai getötet und dann habe ich irgendwie was gelabert und du hast einfach nichts mehr gesagt Und dann Wie lange du noch in der Welt drin geblieben bist Ja ich bin echt lange noch drin geblieben Und dann konnte ich mich auch noch bewegen Sind wir auch noch vorwärts gegangen Dann plötzlich sind wir angehalten Und dann hat es mich gekickt Ja dann hatte ich keinen Bock mehr auf dich Und der Host auch nicht Scheinbar Also nicht der Host Ja Null Versteht sich Ja Ah hier ist Schrott So Jetzt bist du hier wieder Och Gott Alter ne Ich habe ja heute wieder Schöne Runde Ach hier Hidmen Geschnitten Natürlich Kein Holz mehr Ah das ist lahm Alter Ja ich war ja ein bisschen verwirrt Ähm So Können wir hier ne Säulen Ja das passt doch sogar Doch doch Wir hier noch so ne zweite Ah das mit der zweiten Säule ist sinnlos Und das sieht doch hässlich aus Wir sollten mal dann anfangen Ähm Wieder ein bisschen Kartoffeln und so ne Scheiße anzupflanzen Wir brauchen eigentlich gar keine Treppe wenn man Jump and Runs kann ne Aber egal Ja aber Ja gut aber das ist scheiße Kann man halt mein King nicht Haha Erstens das und zweit und zweit und zweit Ich kümmere mich kurz darum dass du anbauen kannst Wo sind die Anbauflächen Warte Muss natürlich hier sein Wo wollen wir die Treppen machen Warte So ich mach jetzt hier oben erstmal kurz professorisch die Dinger hin Dass du hier anbauen kannst wieder mein King ja Gucken wir mal auf dem Dach unseres Lagers Ja Aber hier wollten wir unsere Zimmer bauen Ja ich weiß aber erstmal jetzt dass du dort anbauen kannst Alter hat den Sprung sogar geschafft Ja Ich würde gerne von diesem einen Wasserdingens hier weitere Rohre verlegen zu Wassertanks Dass wir überall halt quasi bei Rohre uns jetzt so verlegen dass wir überall halt Wasser haben Ja gut aber ist das so nötig Ja Also zumindest zu bestimmten Stellen Wo Kartoffelnutzer angebaut werden will ich gerne einen Wassertank haben Ich möchte gerne einen Wassertank haben wo wir in der Küche Ich möchte gerne einen haben ähm Draußen bei den Baumplantagen Und deswegen überlege ich gerade ob es ist leicht Einfach hier Ne das mach ich dann optional wenn wir das noch irgendwo machen müssen Ja bau jetzt erstmal den Boden fertig Dann kann ich hier den zweiten Stock weg die Wände dann bauen Wie den Boden fertig Ja du meinst du darfst der auf der einen Seite Ja mach doch mal die Dingens hin Warte Also hauptsache Das habe ich das Team oft gemacht Hilfe Hier liegt zwei aus rein haben hier nicht Hose dir Hä Internet schon wieder weg Ne noch bist du gleich Das sind nicht hier in Stellen Achso ich muss essen nicht genug tun Oh ne ey mit dem Anker das passt nicht Was soll ich denn hier vorne hinstellen Ach hier vorne ist ja auch kein Platz Gibt das hier? Jetzt wenn das hier nicht hinpasst Oh wir sind gleich an der großen Insel Weil ich muss noch kurz hier nochmal so zwei Dinger hinbauen Zwei Dinger? Zwei Plattformen Dinger hier Dass ich den Anker erstmal hier hinstellen kann Ähm ja auch perfekt Ähm ich will hier kurz die Schere suchen Wo ist die denn? In der Waffenkiste Und da ist sie nicht drin In den Kisten hier Okay Welches ist die Waffenkiste? Einer von denen hier Guck im Lager nach Hast zwei gesunde Augen Oh jetzt habe ich keine Holz mehr Junge Ich verstehe unter der Ordnung nicht Manche gehen mal zum Anker Und mach den mal runter bitte Man macht zuerst die Motoren aus besser Ach du bist hier schon Ja Was denkst du warum ich dir sage Geh zum Anker? Ja pff Wo ist der Anker? Ja da am Rand Ja der ist weg So Soweit so gut Das ist erstmal abgesichert Ich gehe kurz auf die Insel Also ne gehe ich nicht Ich tue kurz Bevor ich auf die Insel gehe So ich mal hier hinten Unsere Essensdinger hinbauen Dass wir wieder kochen können Guck mal bitte das reicht Ja geil Ja geil Aber es fängt gerade an zu regnen Also wäre egal gewesen So Wir machen hier den Kochtopf Oh kurz Hier so in die Ecke So Wechseln So Hier kommt der Kochtopf hin Daneben kommt der ins Safter hin So Ach Bruder Die schmelzen mal weg hier So Und daneben kommt der Ofen noch hin So Daneben hätte ich gerne den Wassertank So meinten wir haben jetzt wieder was zum Kochen Cool I guess Ja hier ist noch ein Rezept Was wir noch nicht haben Ach das ist Ich bin runtergefallen Also es packt hier immer ganz Weird so Bisschen gefährlich Oh scheiße So So Das gibt Richtige noch daneben Viking Weh du baust gerade einfach irgendwo irgendwelche Scheiße hin Ja Was hast du gerade gebaut Ach Einfach die neuen Wände halt So Ach Ich bin schon wieder am verhungern ey Ich stehe so vor zwei Kochtöpfen Also vor einem Safter und einem Kochtopf Und schreibe erstmal um dass ich am verhungern bin Perfekt Viking du kannst dich jetzt hier gleich ums Kochen und ums uns äh Dinge zu kümmern Dann kann ich währenddessen auf die Insel gehen So Och so Wie sie dich Ich brauch immer mit einem Stich einfach tot sind Warte mal wir können auch das Essen kochen hier das ist doch gut gewesen Zweimal das einmal Pilzen einmal raus aus der Kiste aber ganz schnell Hast du Ja ich werde das Oh du hast schon wieder Ey das Lama ist heute ganz gut So mein King Der Topf blubbert wieder Wir können ja nämlich auch Dingens anbauen Da können wir nämlich auch dann die neuen Smoothies und so machen Wollen wir oben auch so einen Gang bauen Wie hier Oben zum Gang Ne ja warte erstmal kurz ja Ich möchte jetzt kurz erstmal auf die Auf die Insel gehen und mit dem Metalldetektor den Chat zu holen und dann noch Bäume abbauen dass wir wieder Holz kriegen Ich nehme eine neue Schaufel und einen neuen Metalldetektor noch mit Beziehungsweise ne ne schaue ich noch eine neue Schaufel Alles beregen das ist ja jetzt das ist ganz geil Haben wir noch nicht noch eine Schaufel gehabt Hier den Netzwerfer Ich kann noch mehr Tiere holen Warte mal kurz dann mache ich noch kurz Munition dafür Benötig Steine Seile und Okay Haben wir keine Seile So haben wir Mein King haben wir Steine irgendwo Ja ich denke aber ich Keine Ahnung wo Okay die sind halt mal nicht einsortiert ne Kann gut sein Deine Achja ich hab's gefunden Mein King hat zwar eben Ah ne ich kann's Brause noch nicht Alles gut easy Hat sich erledigt Okay So ich kann jetzt drei neue Tiere noch holen Oh geil Ich will auch ein Tier Ja wir brauchen halt noch nen Ziege Damit wir uns Milch holen können Und Mein King der Der Heilkräft an Ne ich bin nicht mehr da Warum wo bist du Ich wollte ein bisschen Holzfällen gehen Achso Ja gut Oh ne Aber ich glaube ich hab gleich ein Problem Warten Aber ich wollte noch die Handelsmünzen und so mitnimm die Müllwürfel Aua der Hai greift mich an Hm Er greift dich an Die Welt schon wieder Ja ich war gerade kurz im Wasser Ganz kurz Achso Ähm Achso Die Handelsmünzen genau das wollte ich noch holen Nein wo bist ich Geh weg Wo waren die jetzt Handelsmünzen Hier Haben wir noch neue Bescheid schon geangelt gehabt Ja hier Kann ich noch wegbringen Wer dann auch ganz cool wenn du wieder auf dem Raft bist Dass du wenn du wieder angeln könntest neue Fische und so Haben wir noch ne Angeln irgendwo Oh alter Jetzt muss ja eine Craften aber die Köder sind halt da Weißte Mann Ich bin gerade wieder auf der Hände gewesen Jetzt geh ich wieder zurück Weil ich jetzt nur noch mal aus dem Topfen Essen nehme Weil ich gleich am verhungert bin Ja geil Ach das ist einfach so gut Das ist nur der Store da oben Ich dachte schon was das da oben ist So ich habe jetzt auch wieder Schüsseln gemacht Wo ist denn jetzt das Essen Digga Da Heihappen 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 Ja Oh der Turm ist auch noch ein Baum Oh meine Essensleitung ist fast wieder voll Okay mir geht es wieder gut Tschüss jetzt gehe ich auf die Insel Nein ich gehe doch noch nicht auf die Insel Doch gehe ich Oh alter oh mein Gott So ein dummer Hund Oder Vogel auch eher Äh Sind sie schon abgelootet? Ja es ist fast nix drauf ne Waren keine Bäume hier drauf? Ja doch Ganz oben waren ein paar Bäume aber Nicht wirklich viel Ich habe nämlich noch kein Signal empfangen Von keinem Schatz Ich habe gerade irgendwie das Bedenken Dass es die Insel war Bevor wir nochmal zu Tangaroa gefahren sind Ne aber da hätten wir Haben wir ja alle Bäume gefällt Ne Also ich schon Glaube ich nicht Glaube ich nicht Glaube ich nicht Ne das glaube ich Ah doch 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 Hier ist ein Signal Ähm Ja das muss ich nur Jetzt muss ich das nur noch finden Ich glaube die Insel hat sich eh resettet Oh ne Kurz Hier spielt auch wieder Raft Once again Zack Kloppen Klop 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 Ah nochmal Entrasor Ach 5 mal Ich bin fast hoch Was war das denn Alter Milch ist outtribbelt Ich habe echt viel Stuff mittlerweile Holy shit Meike hilf mir Der ist Wildschein Und der Vogel Wollte mich tot Von ganz unten auf der Insel Guck mal Ich habe das jetzt zu dir gebracht Moin Da unten ist ein Tier Das ist ein Vogel Ja ne nicht dieses Tier Holy shit Hier ist ja auch noch der eine Vogel Den wir auch können mitnehmen Der legt Eier für uns Da brauchen wir nicht diese scheiß Möwennester Oh mein Gott Oh Gott Nein So warte mal Oh mein Gott Oh wir können Kompass kaufen Cool Verkaufen Hier Netzen Kannabara Oh Okay wir haben Handelsmüssen Wir haben keine Dass ich gerade Kram Was brauchen wir Brauchen wir eher Kunststoff Oder eher Mein King Oh ne da kommt der Vogel Ich sehe dich doch Aber ich bin tot Grauer Bildschirmhilfe Fast Würdest du nicht Mag nicht wieder hochrennen Ich bin gerade Runde gekommen Meike eher Kunststoff Ja komm Kunststoff gekauft Ja definitiv Heute haben wir relativ viel Bei dem Polis können wir anbauen Und dann wird es nur noch Hier Wo ist ein Hirntier Also ich habe Also ich habe mal so einen komischen Da unten sind auch voll viele Bäume Ich weiß gar nicht was du erzählst Ja eben sage ich ja Sie sind voll viele Bäume Ich weiß nicht was du erzählst Oh mein Gott Ich wäre gerade fast an falschen Hand gestoppen Ja ich sehe mich auch Und ich bin kurz so ein bisschen ausgerutscht Und dann runtergeplumpst Und bitte lass den Vogel zu dir gehen Ja das ist ja die ganze Zeit bei mir Oh Palmsamen Richtig und richtig Ich habe auch by the way wieder Titan Oh das ist wichtig Hm das ist wichtig für die großen Lager Damit wir unser Lager richtig groß bauen können Können wir nicht mit dem zuerst noch irgendwie was geileres machen Als Lager Ja Wassertanke zum Beispiel Oder ein Ladegerät für Batterien oder so Oh ja ein Ladegerät wäre echt geil Aber Ladegerät verbraucht wieder diesen Ladegerät verbraucht auch den Bio Treibstoff Ne den unsere Motoren brauchen Achso Ja kack Sind wir auf derselben Seite der Enzel Hier sind voll viele Bäume bei mir Ne ne ich bin da auf der anderen wahrscheinlich Bist du auf der Seite von unserem Raft ja ne 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 aber ich halt auch nicht deswegen Ich bin da hinten das Wildschwein rumlaufen Ja genau das kannst du das einfangen Ist das dann mein Wildschwein Ne das Wildschwein können wir nicht einfangen Ja fremst uns daran Achso schade Ich habe hier nur die Bäume abgebaut Ich habe aber auch gut Panser Da ist so ein Vogel den du meintest glaube ich dir uns Eier geben kann Der so rumspannst Ah ja hier hinter mir bist du guck mal ich bin bei dir Ah ja hallo Ja da ist sie gerade lang gelaufen Ich habe sechs Palmsamen ne Crazy Oh hier sind auch noch Mangosamen Also Mangobäume meine ich Hä also ob ich diese Bäume alle nicht gesehen habe Ja vor allem hier standen übel viele Also ich habe gerade hier fünf, sechs Bäume abgebaut Hä hier bin ich Oh mein Inventar ist voll Ich habe sogar einen Biokraftstoff Hab ich 10 in der Ach komm Palmenblatt aber egal Warte ich kann ja noch ein bisschen was aufsammeln Ne hier liegt ein Mango rum Zum Beispiel Ist hier noch ein Schatz Komm mit mein King Ja Wir suchen jetzt Wir laufen jetzt in die Richtung rum rum Tue noch die Bäume abgebaut Gucken noch ob wir noch nach Tieren hier finden Wenn ja können wir da welche mitnehmen Können sogar zwei mitnehmen Ich erleg das eine einfach Dann nimmst du das mit Und ich nehme noch ein zweites Und nehme dann das selber in die Hand Ah hier ist unser Raft Oh scheiße ist das Bildschön Können wir das nicht einfangen? Nein wir können das Wahrscheinlich einfangen Ich gehe noch von Ense runter Können wir so einen Vogel einfangen? Ich würde gerne so einen Vogel haben So einen fliegenden nicht Aber so einer der auf dem Boden rumläuft Ja ja genau So einen Spasti Such da einen Such da einen und beschreib mir wo du bist Und dann komme ich da hin und hole den Wieso soll ich das schreiben? Beschreiben Achso beschreiben Ich will so einen Larry Den nenne ich dann auch einfach Larry Ja ich habe einen gefunden Okay warte ich komme gleich An der Küste wo du diese Bäume gesehen hast Die ich nicht gesehen habe An der Küste wo ich Bäume gesehen habe Die du nicht gesehen hast Die war noch bei dir schon da Ja klar aber ich habe sie nicht gesehen So warte ich komme da gerade hin Ich komme da gerade hin Ich komme gerade hin Ich verfolge ihn einfach Da kann er nicht weg Oh jetzt ist er weg Ja der leckt so ein bisschen Ich verfolge dich gerade Der kann nicht weg Oh jetzt ist er weg Ja wirklich Ja cool ist einfach Am stehen Oh nö hier ist das Möchlein habe ich ja gar keine Lust drauf Ah War wieder da Ich bin hier nicht hoch Warum Also ich bin hier gerade an der Insel Bist immer noch auf der Seite Ja Oh ja Da ist immer noch am rumlaufen Also ich bin jetzt auf der Seite bin jetzt da Ich sehe dich da oben Ah ich sehe dich da kommt mir entgegen Oh du bist ein Wildschwein Wo ist er? Oh Gott Hier ist er eingefangen Wo rennst du denn hin? Zu dem Netz Höhe da hinten liegt aber auch ein Netz So hallo Was sind Plurin Ne ist es weg Ne ne mit auf Raft Nein da hinten ist der Rest von dem Netz was ich geschossen habe hingeflogen Kommt wir gehen hier aus und dankbar davon Wahrscheinlich kann ich das nicht essen Oh Ja ich weiß Bist du am Verhungern Kann ich das kurz ablegen Rente dann weg Ja ja Ne Lege einfach ab Ja unserer schon Er ist durch den Boden gefallen He ist aber weg Er ist aber durch den Boden gefallen Nein Larry Och man Larry warum bist du weg Okay auf zur nächsten Dann holen wir seinen neuen Larry Och man gibt es nur einen hier Vor allem der Server hat gerade gespeichert Wir können nicht mehr den Server zurücksetzen auf den letzten Och scheiße Ich glaube man kann die Also man kann die Konnte die früher Nochmal absetzen Dann sind sie so ganz langsam gelaufen Weil du die ja quasi schon gezähmt hast Aber ich glaube das geht jetzt nur noch auf den Raft Und deswegen ist er auf Rafthöhe durchgeploppt durch den Inselboden Vielleicht ist er jetzt dort gespawnt Äh vielleicht ist er auf dem Raft gespawnt Ja wie spawnt wäre das Ja lustig Also ich wäre so froh wenn ich Larry jetzt dann sehen würde Aber der Malking glücklich Ja Können die eigentlich auch ins Wasser fallen Und dann sterben Oh ne Ja die sterben im Wasser nicht Oh dann Nein Jawohl So bevor wir jetzt gleich weiter fahren Bauen wir jetzt erstmal kurz weiter Oh ne Larry Ich höre Möwen Löwen Tod Schade Deine Rüben und Kartoffeln sind gewachsen Das ist aber cool Alter wir müssen mal kurz die Netze looten Leute ist zwar dumm Weil ich ja Ich wollte gerade sagen Ich habe ja absolut keinen Deinen Platz mit dem Inventar Ähm Ähm Ich sortiere mir noch ganz kurz das aus Äh 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 hä ich hab doch Achso hier ich bin doch schön aber die ganze zeit neben meinem kochen das ist wichtig auf jeden fall also kokos muss im winter habe ich selber alles gut machen wir denn so achi drüben ja schon wieder eine möwe ja die sind kommen die ganze zeit die kommen umgeben wie das so ist im leben hier fehlt auch eine batterie also an dem safter müssen wir meine batterie kann machen so ich muss erst mal hier die ganzen einst uns auch eben hier rum liegen haben wir schon wieder eine landkiste haben wir nicht aber die kiste ach so dass blätter ja okay wir waren mal weiter leute wenn wir jetzt hier weiter cruisen würde ich sagen was mit dieser folgen die fahren nicht weiter sondern wir bauen hat habe ich gesagt ja okay geil leute egal dann lasst doch ein leichter oder schaut unbedingt bei red vorbeischauen auch in die playlist und findet ihr jedes video zu raf und ja das war's bis zum nächsten tschüssi ciao